Herzlich willkommen zur PK vor unserem Spiel am Samstag in Stuttgart. Ich begrüße Markus ganz herzlich, René Kirsch hier vor Ort und alle anderen Kollegen im Homeoffice. Deswegen darf René die Fragerunde eröffnen heute. Ich fühle mich fast mit Wolfgang Langner seiner Zeit, weil er ganz allein hier war. Aber Markus, aus gegebenem Anlass, glaube ich, muss man mal über die Personalsituation reden. Ich glaube, die Verletzung von Sarin Rennes-Bassé die Woche hat alles überschattet, besonders mit seiner Vorgeschichte. Ja, definitiv. Richtig, richtig bitter. Er war gut drauf und Kreuzbandverletzung ist immer das Schlimmste, was einem Sportler eigentlich passieren kann. Und deswegen ist es sehr, sehr traurig für ihn. Aber er wird wiederkommen. Es geht dann auch wieder schnell vorbei, so eine Phase. Und dann ist er wieder in sechs Monaten auf dem Platz. Aber es tut uns natürlich weh und wünsche mir oder ich ihm auf diesem Weg auch schnelle und gute Genesung. Ist das die einzige Personalie jetzt im Vorfeld? Lasse Günther hat noch einen positiven Corona-Test und wird ausfallen. Ansonsten sind alle hochmotiviert. Der Corona-Test ist natürlich das Thema, das die ganzen letzten Wochen, ist jetzt ein bisschen übertrieben, sich durchgezogen hat. Ihr habt ja damit mit Mainz so ein kleines, ja, darf man Spashing nennen, weil ihr sagt, ihr testet täglich. Die testen vielleicht nicht täglich. Ich weiß nicht, wie Mainz 05 testet. Aber bestätigt euch das dann wieder ein Stück weit, dass ihr quasi einen Fall habt und damit ist dann in Anführungszeichen gut? Ja, aber trotzdem fallen immer wieder ein, zwei Spieler danach aus. Also das ist dann auch nicht gut. Und was die richtige Taktik da ist und was besser ist, weiß man nicht. Das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Und deswegen war ja mein Ansatzpunkt, dass es von der DFL geregelt gehört. Wie bist du da jetzt mit dem Ausweichtermin zufrieden unter der Woche? Ist er logischerweise? Das ist definitiv für uns ein Nachteil. Aber ob es jetzt in der Woche ist oder die Woche drauf, ist es für uns wahrscheinlich besser, so schnell wie möglich zu spielen. Das war auch mein Wunsch. Und natürlich ist es eine kurze Woche, weil wir Sonntag gegen Wolfsburg spielen. Das ist kein Vorteil, beziehungsweise ist es nicht günstig. Aber trotzdem haben wir zwei Heimspiele in einem von drei Tagen und die Heimspiele müssen die Basis sein. Kommen wir zum Auswärtsspiel. VfB Stuttgart. Abstiegsklassico, Schwaben, Derby. Wie bezeichnest du es? Unter welchem Vorzeichen steht das? Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Zwei Mannschaften, die unten drin stehen. Und klar, acht oder neun Spieltage vor Schluss. Acht Spieltage vor Schluss ist es ein sehr wichtiges Spiel. Und wir haben es in Bielefeld bewiesen, dass wir diese Spiele auch bestehen können und auch gewonnen haben. Und da wollen wir jetzt anknüpfen. Wir haben vier Punkte geholt aus den letzten zwei Spielen. Spielen jetzt auswärts, wollen endlich mal zwei Spiele am Stück auch gewinnen. Also wir fahren da hin, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Hast du den VfB so weit unten erwartet in diesem Jahr? Schwierig. Es ist immer wieder auch vorauszuschauen, wie gut die Mannschaften dann auch sind. Sie haben definitiv sehr, sehr viele gute Individualisten. Aber es gibt immer noch dann auch keine funktionierende Mannschaft. In den letzten Spielen, finde ich, haben sie es aber auch gut gemacht. Also sie haben gegen Gladbach zu Hause gewonnen, haben das Spiel gedreht von 0-2 auf 3-2. Haben jetzt in Union Berlin einen späten Ausgleichstreffer gemacht. Haben mit Kalajcic vorne einen Top-Stürmer. Mit Sosa einen Flankengeber dazu und eine sehr, sehr starke linke Seite. Also sie sind schon mit sehr, sehr viel Qualität unterwegs und haben eben über Monate nicht so gepunktet. Auch weil sie viele Verletzungen gehabt haben. Aber jetzt sind sie wieder da und sie wissen, um was es geht. Von daher mit 60.000 im Rücken wird es ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel für uns. Aber da haben wir keine Angst bzw. sind hochmotiviert. Das war sehr auffällend bei Stuttgart in den letzten Wochen, dass sie oft Flankenge, Sosa, Tor, Kalajcic, ich glaube sogar dreimal in drei Spielen. Wird das einer der Schlüssel sein, das rauszunehmen? Sosa da vielleicht schon vor der Flanke zu verhindern? Das weiß man, dass er das kann. Und das hat er auch im letzten Jahr, wo sie die sehr gute Saison gespielt haben, bewiesen. Und das hat ihnen über Monate gefehlt. Jetzt sind sie beide wieder auf dem Platz und von daher müssen wir uns darauf einstellen. Über viele Flanken, über unsere rechte Seite, die zu verhindern, das ist sehr, sehr wichtig. Über die 60.000 hatten wir auch schon mal diskutiert, über die vielen Zuschauer. Aber mein Eindruck war, ihr fühlt euch damit nicht so ganz wohl mit dieser Entscheidung. Wie geht es dir damit? Wir spielen eine Corona-Saison, die sehr, sehr schwierig ist. Das Thema ist sehr, sehr schwierig. Und dann gibt es jetzt eine Ausnahmegenehmigung in Stuttgart, warum sie dann gegen uns jetzt 60.000 reintun dürfen. Das habe ich auch schon immer wieder erwähnt, dass es da auch Gegebenheiten gibt, die mal Glück und mal Pech sind. Aber ich sehe es jetzt gar nicht als Pech, sondern Zuschauer motivieren uns und da spielen wir gerne vor einer großen Kulisse und die Stimmung ist immer wieder auch entscheidend. Und deswegen freuen wir uns auf das Spiel. Noch eine habe ich zur Historia oder zur Hinrunde. Da habt ihr für mich eines der besten eurer Spiele gemacht beim Heimsieg. Ist das noch ein Faktor? Du hast ja die angesprochen, der VfB, wie er sich entwickelt hat. Viele Verletzte sind seitdem auch bei denen zurückgekehrt. Kann man da noch was draus ziehen aus diesem Spiel? Auf jeden Fall. Das war ein sehr wichtiges Spiel, wo wir auf den Platz 100 Prozent gebracht haben und wo wir auch einen Rückstand gedreht haben, wo wir wirklich ein gutes Spiel auch mit unseren Zuschauern im Rücken gemacht haben. Und das wird die Basis sein, dass wir Intensität auch auf dem Platz haben, dass sie das nicht mögen, wenn die Zweikämpfe intensiv geführt werden, wenn wir läuferisch alles bringen, dann haben wir einen Vorteil. Und das muss die Basis sein. Bitte. Schauen wir die virtuelle Runde. Wer hat denn Fragen? Dann starten wir mit Johannes Kaiser. Servus auch von mir. Eine Frage zu Robert Gummi. Er wäre anscheinend letzte Woche schon für den Kader ein Kandidat gewesen. Ist er jetzt wieder so fit, dass er schon von Anfang an spielen kann? Theoretisch ja. Er hat eine gute Trainingswoche jetzt hinter sich, hat seine Verletzung Gott sei Dank überstanden und ist einer von 19, 20 Kandidaten. Wechseln wir zu Johannes Graf von der AZ. Hallo Herr Weinzierl, weil Sie es vorher angesprochen haben mit Corona, dass es immer wieder Probleme bereitet. Jetzt wäre auch meine persönliche Frage mal, man hat jetzt zwei Jahre Lockdown hinter sich. Johannes, du bist nicht mehr zu hören. Hast du irgendwas an deinen Einstellungen verändert? Nicht. Gibt es weitere Fragen? Klaus Bergmann von der dpa. Wie viel spielt es für Sie noch eine Rolle, dass Sie mal ein Stuttgart-Trainer waren? Was ist noch so vorhanden in Stuttgart von damals und motiviert Sie das besonders? Ich muss kurz überlegen, aber ich glaube, dass fast kein Spieler mehr dabei ist. Also Daniel Didavi, der aber aktuell auch nicht spielt. Von daher haben Sie eine komplett neue Mannschaft und es ist drei Jahre her. Von daher ist es ein Spiel wie jedes andere auch. Dann würde ich da nochmal anschließen. Aber mit welchen Gefühlen fährt man da hin? Weil ich weiß, als FCA-Trainer hattet ihr sehr, sehr große Erfolge auch schon in Augsburg. Früher war es mal so, dass ihr da hingefahren seid und danach wurde dann der Trainer in Stuttgart entlassen. Ich glaube, mehr in den Heimspielen. Aber ich kann mich auch an einen sehr, sehr wichtigen Sieg in Stuttgart erinnern, wo wir nach 20, 30 Minuten schon 3-0 auch geführt haben. Und da unter Alexander Zorniger war das, glaube ich, 2015, 16 sowas. Also da hatten wir eine sehr, sehr schwierige Phase auch im Oktober und haben das Spiel gewonnen. Ja, es ist ein Derby, sage ich jetzt mal, obwohl es nicht innerhalb von Bayern ist. Aber es ist nicht weit zu fahren und es ist Brisanz drin. Die Tabellenkonstellation bringt diese Brisanz alleine schon mit. Und es gilt einfach da jetzt anzuknüpfen, wo wir in Bielefeld aufgehört haben. Und das war eine gute Leistung, sehr präsente Leistung. Die brauchen wir wieder. Wir müssen diese individuelle Qualität des Gegners einfach bekämpfen und dann selbst mit Nadelstichen und unserer Qualität da sein. Eingehend hattest du gesagt, ihr fahrt da hin, um zu gewinnen. Wäre, wenn man so auf die Tabelle guckt, auch ein Punkt gut? Ja, wir haben den 26. Spieltag, haben drei Punkte Vorsprung, haben ein Spiel zusätzlich noch im Gepäck. Klar, wir wollen aber immer gewinnen. Vielleicht, wenn der Gegner auch gut ist und es dann gerecht ist und ein Punkt ist, dann können wir auch weiterarbeiten. Aber wir fahren da hin, um zu gewinnen. Wie viel Sicherheit gäbe ein Sieg? Dann wären sechs Punkte auf dem VfB, aber sind ja noch andere Teams mit dabei. Im Vorfeld hat ein Kollege heute zu mir gesagt, dann könntet ihr euch ein Stück weit zurücklehnen. Da habe ich gesagt, eigentlich gar nicht, gefühlt. Nein, aber ich mache das jetzt auch nicht von dem einen Spiel, alles abhängig und auch nicht vom letzten und auch nicht vom nächsten, sondern wir haben noch neun. Und ich glaube, wir brauchen wieder 35, 36 Punkte, wie jedes Jahr in der Bundesliga, vielleicht 37 in diesem Jahr. Und das heißt, wir brauchen noch neun, müssen drei gewinnen von neun Spielen, haben noch fünf zu Hause. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen, wenn wir die gleiche Leistung auf den Platz bringen, die letzten beiden Spiele. Welche drei könnten das sein? Das können alle sein, weil in der Bundesliga jeder jeden schlagen kann. Und nochmal, wir können in Stuttgart gewinnen. Es können auch die Stuttgarter eben die Nase vorne haben, weil es eben so sind, dass Kleinigkeiten wieder entscheiden werden. Und wer in Führung geht, hat einen riesen Vorteil. Und in diesen Dingen werden solche Bundesligaspiele auf diesem Niveau entschieden. Und da gilt es eben, wenig Fehler zu machen, keinen Fehler zu machen am besten und effektiv zu sein. Und da bringt natürlich der Schwung, das Selbstvertrauen aus den letzten Wochen uns positive Stimmung. Es war ärgerlich, dass das Spiel jetzt ausfällt gegen Mainz, weil es unseren Rhythmus einfach gebrochen hat. Wir jetzt ein Wochenende nicht gespielt haben, aber wir wissen trotzdem, dass wir es vor 14 Tagen gut gemacht haben und da anknüpfen. Klaus Bergmann von der dpa hat noch eine Frage. Ja, Herr Weinzel, ein Verein im Abstiegskampf hat nochmal den Trainer gewechselt. Felix Magath hat die Bühne nochmal betreten. Wie sehr hat Sie das überrascht? Und ja, irgendwie alle glauben, na der Magath, der ist so ein Magier, der macht das dann. Werden Sie das Ganze? Ja, dass im Abstiegskampf zum Schluss der Trainer nochmal gewechselt wird, ist nichts Neues. Wer dann immer wieder kommt, ist sehr, sehr spannend. Und dieser Name, klar, war jetzt dann doch überraschend für mich auch. Aber ich finde ihn sehr, sehr spannend. Natürlich sprechen seine Folge für ihn, seine Art und Weise. Ist bekannt und jetzt da in Berlin es auf acht Spiele zu richten, ist eine Aufgabe, die sehr, sehr spannend ist. Und das ist auch spannend zu beobachten. Wir spielen noch zu Hause gegen die Hertha. Ich bin sehr, sehr froh, dass es so ist, dass wir drei Spiele eben beobachten können dann unter dem neuen Trainer. Es ist immer blöd, wenn es genau vor deinem Spieltag passiert, dass der Trainer gewechselt wird. Das ist nicht der Fall. Und ansonsten hat Hertha definitiv gute Spieler, ist der Big City Club und hat jetzt einen Big Trainer. Und jetzt schauen wir einfach zu und messen uns daran und schauen, dass wir vor ihnen stehen. Johannes Graf hat seine Frage in den Chat geschrieben. Ich würde kurz vorlesen. Nach zwei Jahren mit Corona-Maßnahmen hat sich Ihre persönliche Sichtweise auf die Dinge verändert. Haben Sie Interessen, haben Sie Interessen verschoben? Schätzen Sie jetzt Dinge, die vorher selbstverständlich waren, mehr? Ja, dieses Thema ist natürlich sehr, sehr präsent, privat wie beruflich. Und das beschäftigt einen natürlich und lässt Dinge nicht mehr normal sein. Ich glaube, dass wir das in den letzten beiden Jahren gelernt haben, dass es Dinge gibt, die man eigentlich nicht glauben kann. Und genauso geht es uns aktuell, wenn wir in die Ukraine schauen. Und genauso dieses Thema mit Corona, das uns jetzt schon zwei Jahre begleitet. Aber man muss es relativieren, welchen Dingen man sich dann auch immer wieder beschäftigt. Deswegen ist die Bundesliga, ist der Fußball, ist der Job dann. Ja, doch immer wieder auch relativieren zu sehen. Und das geht mir genauso wie allen anderen auch. Aber es macht dann trotzdem immer wieder Spaß, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und sich abzulenken. Aber diese Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe mit Corona oder mit der Ukraine, bewegt einen und lässt das Ganze dann schon auch wieder relativieren. Gut, dann keine weiteren Fragen. Dankeschön. Wir sehen uns am Samstag in Stuttgart. Tschüss.